Das ist Albert. Albert ist immer noch Student. An einem Bierabend mit seinen Freunden fällt ihm auf, dass er mittlerweile der einzige aus der Gruppe ist, der noch den Status ewiger Student mit sich trägt. Am nächsten Morgen überlegt Albert, welcher Beruf etwas für ihn wäre. Für einen handwerklichen Beruf ist er leider zu tollpatschig. Für einen medizinischen Beruf scheint er auch nicht geeignet, denn Albert kann kein Blut sehen. Hingegen hat ihm das Praktikum bei Frau Schnabel im Rechnungswesen sehr gut gefallen. Insgeheim möchte er jedoch schon seit langem Wirtschaftsprüfer werden. Wie sein Freund Klaus-Peter. Aber wie wird man Wirtschaftsprüfer? Albert findet heraus, dass der Weg zum Wirtschaftsprüfer mittlerweile durch viele Sonderregelungen geprägt ist. Der typische Weg zum Wirtschaftsprüfer stellt sich jedoch wie folgt dar. Zunächst müsste Albert sein Hochschulstudium erfolgreich beenden. Ist diese erste Hürde genommen, müsste er, zum Beispiel als Prüfungsassistent, eine mehrjährige Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung nachweisen. Das wäre die zweite Hürde. Erst dann kann Albert einen Antrag auf Zulassung zum Wirtschaftsprüfer-Examen stellen, der schriftlich an die zuständige Stelle der Wirtschaftsprüferkammer, kurz WPK, zu richten ist. Wird Albert zum WP-Examen zugelassen, muss er mehrere Klausuren sowie eine mündliche Prüfung bestehen. Der Prüfungsstoff umfasst schließlich vier Prüfungsgebiete. Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und Berufsrecht, angewandte BWL und VWL, Wirtschaftsrecht sowie Steuerrecht. Ein Blick in die Statistiken zeigt hohe Durchfallquoten. Albert wird klar, dass es sich hier um die höchste Hürde handelt. Er kommt ins Schwitzen und ruft verzweifelt seinen Freund Klaus-Peter an. Der versucht ihn zu beruhigen. Albert, ja, es ist schwer. Es macht aber auch deutlich, welche Anforderungen an uns Wirtschaftsprüfer gestellt werden und welche Verantwortung wir haben. Aber selbst ich habe es ja geschafft. Und die Arbeit ist konjunkturunabhängig, gut bezahlt und selten langweilig. Man hat zudem mit interessanten Leuten und Fragestellungen zu tun. Denn ein Wirtschaftsprüfer ist als Experte des Handels- und Steuerrechts äußerst gefragt. Erst nach dem erfolgreichen Examen wird man zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Hierbei ist ein Berufseid abzulegen. Eine Bestellung kann allerdings versagt werden, wenn zum Beispiel eine strafrechtliche Verurteilung vorliegt, die ein Berufsverbot rechtfertigen würde. Albert resümiert. Es wird kein Kindergeburtstag, aber ich werde es versuchen. Sein Studium will er zeitnah beenden. Ihm fehlen dann also noch die Praxisjahre und das WP-Examen. Dann will er sich bestellen lassen. Es bleibt die Hoffnung, dass der Berufsstand in der Zwischenzeit noch die eine oder andere Erleichterung im Hinblick auf das WP-Examen beschließt, ohne dass sich negative Auswirkungen auf die Qualität der volkswirtschaftlich wichtigen Dienstleistungen Jahresabschlussprüfung ergeben.